Und die Führung, das ist die Führung für die Löwen durch Michael Lindl. Ein toller Schuss bringt hier die Löwen in Führung im Tivoli Stadion in Innsbruck. Ein toller Doppelpass und das 12-0 für die Löwen durch Simon. Ein toller Schuss mit dem Treffer zum 2-0. Und jetzt gibt der Elfmeter für Innsbruck das Foul von Kapitän Schindler. Für Innsbruck nur die Chance also hier heranzukommen, auf 1-2 zu verkürzen. Gespielt mittlerweile 64 Minuten. Und der Anschlusspaktor. Und der Anschlusspaktor. Und das 3-1 für die Löwen. Das müsste es wahrscheinlich gewesen sein. Torschütze Nummer 36. Das ist Stéphane, ich liebe Toulon. Untertitelung des ZDF, 2020